Ich bin ständig unterwegs. Ich bin Springerin für Niederösterreich, Wien und Burgenland. Das heißt, ich wechsle häufig die Fachinstitute. Manchmal bin ich für eine Woche geplant, manchmal aber auch nur für einen Tag oder sogar für einen halben Tag. Wir fangen um halber sieben Uhr an und die Arbeitszeitende ist dann drei Viertel drei. Durch meine Freizeiteinteilung im Außendienst habe ich keine Probleme, wo Überstunden anfallen, kann ich sie auf der anderen Seite sofort wieder abbauen und das ist natürlich für mich oder bei der Firma Norad für mich ein sehr großer Vorteil. Unsere Räumlichkeiten sind super da. Wir haben alles da, was wir brauchen. Wir haben alle unseren eigenen Arbeitsplatz und Werkzeug, Arbeitsmaterialien, Lacke und was wir alles brauchen, ist alles da. Für meine Tätigkeit im Außendienst stellt mir die Firma Norad natürlich ein Fahrzeug zur Verfügung und natürlich auch ein Handy, wo ich auch die Terminplanung über das Handy durchführen kann. Weiters ist es toll, vergünstigt in einem Fitnessstudio zu trainieren oder auch einmal ein verlängertes Wochenende in einem Hotel zu verbringen, das wir vergünstigt buchen können, auch mit Wellness- und Sportangeboten. отпauschen. Musik 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 Musik